Kippasser, Leute! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding Real Life Stories. Weiter geht's! Da sind wir wieder beim Format Real Life Stories. Vielleicht, dass ihr den Hintergrund so ein bisschen versteht. Wir sind auch die ganze Zeit einfach hier am Quatschen darüber. Das ist wie so ein durchgehendes Gespräch und die Kamera läuft dann weitestgehend mit. Und tatsächlich macht es relativ Spaß. Auf der anderen Seite versetzt man sich kurz so krass in manche Situationen rein, dass man so kleine Flashbacks kriegt. Das ist schon nicht ohne. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr den Content findet. Und ja, dann gebe ich mal wieder ab an den guten Emil. Ja, Mann. Mike, ich freue mich auf die nächste Folge. Diesmal dachte ich mir, frage ich dich einfach mal über die finanzielle Situation damals. Heute geht es dir finanziell sehr gut. Du hast ein schönes Auto. Du kannst machen eigentlich, was du möchtest, ohne halt großartig auf das Geld zu gucken. Wie war es damals zu der Zeit, wo du kriminell warst, wo du aus dem Knast rausgekommen bist, reingegangen bist vorher? Wie sah es da aus? Ja. Also zuallererst mal, vielleicht auch, damit sich das nicht so übermäßig krass anhört. Mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Ich kann nicht klagen. Ich denke, ein Auto kann sich jeder irgendwie erst nieken, auch gut leasen, so über ein paar Tricks. Ich würde sagen, mir geht es ganz gut. So vor allem im Gegensatz zu früher bin ich sehr, sehr glücklich. Und das öffnet alles so ein bisschen die Welt, wie du gerade gesagt hast, dass man machen kann, was man will. Projekte und so. Wir sind gerade voll viel Plan am Projekte machen und so, wofür man halt ein bisschen Geld braucht. Und das macht richtig Spaß. Und ja, wie pleite bin ich mal gewesen. Puh, es gibt ein ganzes, sehr, sehr langes, immer wiederkehrendes Kapitel in meinem Leben, das mich in verschiedene Tiefpunkte, glaube ich, so bewegt hat, was die Pleite anging. Und man muss dazu sagen, das war hauptsächlich der Punkt, an dem viele dann aufgeben und wieder kriminell werden. Denn die Zeit, als ich beschlossen hatte, nicht mehr kriminell zu sein, war die Zeit, in der ich unfassbar auf die Fresse bekommen habe vom Leben. Aber sowas von auf die Fresse bekommen. Ich hatte mich vorher dazu entschieden, das Leben, wie es ist, nicht zu akzeptieren. Ich hatte mein eigenes Geld verdient. Ich habe jenseits der Regeln agiert und habe mich immer irgendwie selbst versorgen können. In dem Moment, als ich entschieden habe, nur noch Geld zu nutzen oder anzunehmen, das mir auch zusteht, in Anführungsstrichen, war es halt so, dass ich plötzlich gemerkt habe, dass ich nichts habe. Und dass ich nicht nur nichts habe, sondern dass tausend Ämter an meine Tür klopfen und Geld von mir haben wollen, das ich nicht habe. Also ich hatte nicht nur nichts, sondern ich hatte von dem Nichts auch noch einen Berg Schulden. Das heißt, in dem Moment, in dem ich Geld verdiene, muss das erstmal an so viele unterschiedliche Ämter und Menschen gehen, dass ich davon immer noch nichts habe. Jetzt stell dir diesen Gedanken vor, wenn du auch noch relativ, wie will ich das nennen, will ich das nennen, einfach gestrickt, will ich das nennen, leicht zu beeinflussen bist, geprägt bist durch ein gewisses Umfeld. Ich will nicht sagen, ich kann verstehen, dass Leute ab irgendeinem Punkt wieder rückfällig werden, weil sie kein Land sehen. Aber es ist, der Gedankengang wurde mir klar. Denn wenn du dich immer auf der Seite bewegst, auf der du gar kein Geld angeben musst, sondern immer Schwarzgeld auf die Hand machst oder so, dann musst du auch niemals irgendjemandem was zurückzahlen, denn offiziell bist du pleite. Das war für mich niemals eine Option. Nie, 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 nie. Ich wollte insofern schon ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft sein. Ich wollte offizielles Geld verdienen. Ich wollte zu einer Wohnung gehen und die mieten können, ohne zehn Umwege zu machen. Das wollte ich schon irgendwie schaffen. Und dementsprechend habe ich mich in dem Moment, als ich gemerkt habe, was da auf mich zurückfällt, dazu entschlossen, das alles zu fressen, zu schlucken und mich da durchzukämpfen. So war es dann so, dass das Erste, was gemacht wurde nach der ersten Verhandlung eben war, dass ich einen Brief bekommen habe, in dem stand, dass die Gerichtskosten von über 5000 Euro auf mich warten. Zu dem Zeitpunkt ein Betrag, den ich, also ich wusste nicht mal, wie ich das in 20 Jahren auftreiben soll. Habe ich nicht gesehen. Wie, wie? Das Erste, was gemacht wurde, war, es wurde eine Stundung beantragt, wo mir damals dann meine Bewährungshelferin geholfen hatte. Und so war erst mal klar, ich kann meine Schule machen, meine Schule nachholen, aber ich, alles, was ich verdiene, abgesehen von einem Minijob, muss da hingehen. Also das heißt, ich musste sogar damals einen Betrag festlegen für die Stundung, den ich pro Monat zahle. Und das von einem Geld, das ich nicht hatte. Das einzige Geld, das ich damals hatte, ist, weil ich nicht bei meinen Eltern gewohnt habe. Wir hatten das so geregelt, dass ich das Kindergeld vom Arbeitsamt, ich weiß nicht mehr, vom Jugendamt bekomme. Das waren jeden Monat damals, lass mich nicht lügen, ich glaube 140 oder 150 Euro habe ich jeden Monat bekommen. Und davon habe ich tatsächlich gelebt. Ich habe die Wohnung bezahlt bekommen vom Amt und ich hatte 140 Euro, 150 ungefähr im Monat zum Leben. That's it, das war's. Davon mussten 10 Euro für diese Stundung rangehen, damit ich irgendwas zahle. 10 Euro waren für mich die Welt. Und dann habe ich davon gelebt. Das Ganze hat natürlich erst mal dazu geführt, dass ich die ersten Monate komplett auf die Schnauze gefallen bin. Das heißt, ich habe Lebensmittel gekauft, weil ich dachte, das ist ja normal. Und dann habe ich gemerkt, ich habe kein Geld mehr. So, scheiße. Dann ging das halt los, dass ich wirklich angefangen habe, tatsächlich, was im Nachhinein heute scheiße ist, halt immer wieder zu versuchen, irgendwoher Geld zu bekommen. Auf legale Weise. Das heißt, ich habe am Anfang peinlicherweise immer versucht, meine Mutter anzupumpen und gesagt, ey, ich muss irgendwie einkaufen. Ich habe das irgendwie nicht geregelt bekommen und hast sie nicht gesehen. Und dann kann ich mich halt noch sehr gut daran erinnern, dass das auch sehr, sehr schnell nicht mehr funktioniert hat. Und ich habe halt teilweise wirklich von am Tag einer Packung Nudeln gelebt, weil die haben damals so 35 Cent gekostet. Das heißt, ich habe eine Packung Nudeln gekauft. Ich habe eine Packung für 50 Cent passierte Tomaten gekauft. Und das habe ich dann gegessen. Das heißt, ich habe die Nudeln auf drei Portionen aufgeteilt, die Tomatensauce so ein bisschen gekocht und gestreckt mit Gewürzen und habe das quasi einfach gegessen. So habe ich sehr lange Zeit gelebt. Ich habe also wirklich nur Nudeln und Tomatensauce gegessen. Ich hatte gar keine Eiweiß oder so und habe das erst mal so gemacht. Manchmal habe ich mir auch solche Fertigbrötchen für 35 Cent zum Aufbacken geholt oder habe eine Packung Eier gekauft, die damals noch deutlich günstiger war. Oder so Magerquarks, das waren mal so die Highlights. Aber so habe ich tatsächlich sehr lange Zeit gelebt. Und schön war das natürlich nicht. Aber es war eben auch in dem Wissen im Hintergrund, dass wenn ich Geld verdiene, ich sofort alles bezahlen muss. Und ich wusste, dann mache ich lieber die Schule, weil dann habe ich die Chance, mehr Geld zu verdienen hinterher. Zusätzlich dazu bin ich eigentlich nonstop schwarz gefahren. Das heißt, also sorry, wir reden hier über 60, 70 Euro im Monat. Die hatte ich nicht. So, ich bin nonstop schwarz gefahren. Nonstop. Das war für mich absolut normal. Ich habe kein Ticket für irgendwas bezahlt. Und das heißt, das ging dann wirklich auch so weit, dass ich eine Zeit hatte, als ich hier in Berlin dann angekommen bin. Und wir müssen hier einen Switch machen, denn das war jetzt erst die Zeit, nachdem ich kriminell war. Das ist sehr lange her. Und da musste ich mir das Ganze wieder ein bisschen aufbauen und habe dann irgendwann auch zu der Fitnessstudio-Kette und so weiter, habe ich dann einfach so ein bisschen zumindest Möglichkeiten gehabt zu leben, auch wenn ich wenig Lohn hatte. Aber ich habe das alles ja eigentlich nur immer wieder aufgeschoben. Das heißt, ich habe durch mein duales Studium zum Beispiel oder vorher durch die Schule, habe ich immer wieder diese großen Schulden aufgeschoben. Und die haben sich auch weiter gehäuft. Und es war halt irgendwann so, dass ich, als ich hier in Berlin angekommen bin, tatsächlich so pleite war, weil mein Chef von der Fitnessstudio-Kette meinen letzten Lohn nicht zurückbezahlt hat, dass ich hier nonstop auch schwarz gefahren bin, immer von der Hand in den Mund gelebt habe. Das heißt, ich habe am Anfang hier auch Personal Trainings gemacht, so einfach auf die Hand und hatte dadurch einfach so immer ein paar Tage lang was zu essen. Das war aber immer sehr knapp, bis ich dann die nächsten Fuffi auf die Hand bekommen habe. Und auch hier war nonstop schwarzfahren angesagt. Das heißt, für mich war Einkaufen immer kalkulieren. Für mich war es so, dass ich hier keine Miete bezahlen konnte, sondern in einer Zwischen-WG immer gelebt habe, in sogenannten Zwischenmieten. Das bedeutet, ich habe immer nur für vier Wochen ungefähr ein Zimmer gehabt und wusste danach nicht, wo ich hin soll. Das hat sich oft erst ein paar Tage vor Ende entschieden, wo ich als nächstes wohnen kann. Und so war es dann halt, dass so die Erlebnisse zum Beispiel auch mit dem Schwarzfahren sich teilweise dann gehäuft haben. Das heißt, ich wurde dann zweimal beim Schwarzfahren erwischt, war halt auf Bewährung und habe dann gemerkt, wenn ich das nächste Mal beim Schwarzfahren erwischt werde, ist es für mich echt scheiße, wo ich mich dann an ein Erlebnis erinnern kann, dass ich in der Bahn wieder mal von jemandem, der sehr gut undercover gekleidet war, kontrolliert wurde. Und derjenige dann gesagt hat, okay, sie haben kein Ticket. Dann müssen wir jetzt tatsächlich einfach aussteigen und auf die Polizei warten, wenn sie nichts bezahlen können oder was weiß ich oder dies oder das. Und dann hatte ich ihn halt wirklich um Verständnis gebeten. Ich habe dann gemeint, hören Sie zu, ich bin auf Bewährung, ich bin schon zweimal erwischt worden, können wir das nicht irgendwie anders regeln? Ich verspreche Ihnen, es passiert nicht mehr, was weiß ich. Ich habe es auch wirklich ernst gemeint. Ich dachte, ey, ich gehe jetzt richtig auf den Sack. Ich wusste ja nicht, was passiert. Ich war auf Bewährung, drittes Mal Schwarzfahren. Ich wusste, irgendwann wird das blöd. Und er hat dann halt so ein bisschen auf Verständnis getan, aber hat gesagt, nee, nee, wir müssen das trotzdem bitte mit der Polizei regeln. Sie bleiben jetzt erst mal hier. Wir waren im fahrenden Zug. Und, naja, wie es dann kommen musste, kam, er hatte mich so gepackt quasi hier am Handgelenk, hatte mich die ganze Zeit fest. Und als die Tür aufging, hat er mich schon so seltsam angeguckt. Und ich habe dann wirklich einfach sein Handgelenk einmal so, ich habe einmal drum herum gegriffen. Das ist so ein ganz gängiger Griff, der ist ganz einfach. Du drehst einmal das Handgelenk um und hast ihn dann. So, und hast ihn dann selbst an der Hand. Und dann habe ich das einmal kurz gemacht, habe ihn dann losgelassen und bin rausgesprungen, habe geschrien, sorry, bro. Und ich habe noch gesehen, wie er mir so hinterher geguckt hat, so nach dem Motto, das stimmt ja nicht mit dir. Das waren so Tiefpunkte, wo ich gemerkt habe, ey, so, du bewegst dich hier die ganze Zeit komplett ohne Geld. Du hast kaum Geld zum Essen. So, die Überlegung kurz einfach zu kapitulieren, aber es gab für mich kein Kapitulieren. So, ich konnte meine Mutter nicht nochmal irgendwie nach Obdach fragen, das hatte sie schon lange erledigt. Ich konnte da auch nicht nochmal nach Geld fragen, das war mir so unglaublich peinlich. Es gab in der Zeit ein, zwei Freunde aus der Vergangenheit, mit denen ich geschrieben hatte und die mich mal kurz mit ein bisschen was unterstützt hatten, aber die wollte ich auch nicht mehr fragen, weil ich einfach nicht mehr bei jedem so die Belastung sein wollte. Ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. So, und das heißt, das war so die schlimmste Zeit überhaupt. Ich hatte so tatsächlich eine sehr lange Episode in meinem Leben. Also für mich ist es völlig neu, wirklich Geld zu haben. Das heißt nicht neu, aber es ist erst so, seit ich bei Bigzone dann einen geregelten Lohn hatte, hat das angefangen. Die ersten Löhne von mir sind fast alle komplett für Schulden draufgegangen. Also da gab es auch direkt am Anfang eine Lohnpfändung. Ich musste alles, wirklich alles abgeben. Ich hatte eigentlich gar nichts zum Leben am Anfang, aber als das alles mal erledigt war, überhaupt mal so einen Lohn von 1,3 oder was weiß ich was zu haben, war für mich komplett neu. Und das war so für mich erst mal gut. Es war schön. Ich konnte einkaufen ohne Stress. Und als ich dann noch angefangen hatte, immer mehr Personal Trainings nebenbei zu machen, habe ich halt wirklich gemerkt, dass es schön ist, einfach einkaufen zu gehen, nicht genau hingucken zu müssen. Und von da aus hat sich das alles tatsächlich einfach aufgebaut. Das Problem ist halt, dass ich zu dem Zeitpunkt noch lange nicht an dem Punkt war, wirklich am Leben teilzunehmen, weil dafür braucht es weit mehr. Also wir haben einmal zum Beispiel die Lohnpfändungen, die dazu geführt haben, dass die ein oder andere Zahlung von mir getilgt wurde. Aber wir hatten auf jeden Fall noch eins und das sollte mir beim ersten Versuch, eine Wohnung zu bekommen, zum Verhängnis werden, nämlich die Schufa natürlich. Und so ist es dann eben so gewesen, dass mich mein erster potenzieller Vermieter darauf hingewiesen hat, dass meine Schufa unglaublich schlecht ist. Ich hatte ihn im Vorfeld darauf hingewiesen, dass ich vielleicht nicht die beste Schufa habe und er hat gesagt, das regeln wir schon. Danach kam das Feedback und Entschuldigung, aber so haben wir nicht gewettet. Also das ist brutal. Und ich habe tatsächlich die Möglichkeit bekommen, alles zu bezahlen mit ein bisschen Vorlaufzeit. Ich habe gesagt, okay, hören Sie mir zu, ich werde jetzt alles, was da drin steht, abbezahlen und Ihnen mit Belegen zeigen. Und ich weiß, die Schufa kann ich so schnell nicht löschen, aber Sie werden sehen, dass ich alles abbezahle. Und er hat mir das Vertrauen entgegengebracht, obwohl er ja auch nicht genau sehen kann, was genau jetzt wirklich abgezahlt ist oder nicht. So genau geht das ja gar nicht. Aber er hat sich tatsächlich darauf eingelassen. Es war wohl auch so, also die erste Wohnung hier in Berlin war zum Beispiel auch im Wedding, in der Pancor-Allee. Und mir wurde auch im Vertrauen gesagt, dass ich bei weitem der anständigste Bewerber von allen war. Und dementsprechend, glaube ich, hatte ich dann eine kleine Sonderstellung. Und ich durfte dann wirklich mit Belegen beweisen, dass ich alles am Abzahlen bin, innerhalb von vier bis sechs Wochen war das, glaube ich. und habe diese Wohnung dann tatsächlich bekommen. Das heißt, ich musste wirklich von dem Punkt aus, als ich mich entschieden habe, wieder nach den Regeln zu spielen, habe ich so lange Jahre gebraucht, um einen normalen Status, auch Zahlungsstatus, wieder herzustellen. Ich glaube, jeder andere hätte halt entweder tatsächlich wieder die kriminelle Bahn gewählt oder hätte halt gesagt, gut, scheiß auf Schule, scheiß auf alles. Ich mache jetzt irgendwie einen Hilfsarbeiterjob und kann dann zumindest meine Schulden abbezahlen und kann leben. Ich habe zum Glück ein bisschen Durchhaltevermögen bewiesen, weil dadurch bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Dadurch habe ich den ganzen Weg bekommen. Aber das war mir auf jeden Fall eine Lehre. Das war mir eine Lehre. Ich musste auf meinen letzten Magerquark sparen. Ich habe teilweise in meinen Geldbeutel geguckt, habe gewusst, ich muss für die ganze Woche einkaufen und habe da 15 Euro drin gesehen und musste dann halt wirklich teilweise von Magerquark und Haferflocken leben oder einfach von, wie ich schon gesagt habe, Nudeln und passierten Tomaten. Und ich glaube, viele verstehen nicht, dass ich eine ganz andere Relation zu Geld habe. Ich habe mir vieles in meinem Leben selbst verbaut. Das weiß ich. Aber ich habe es mir auch selber wieder zurückgeholt. Deswegen glaube ich persönlich, dass ich einen BMW M850i mehr genießen kann, als ein Rich Kid, das so ein Auto geschenkt bekommt. Ich glaube, für Leute, die immer Geld hatten und unter solchen Verhältnissen aufgewachsen sind, ist es sehr einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, die geht es ums Geld oder was weiß ich. Was für ein Quatsch. Diese Menschen verstehen gar nicht, welche Konnotation das Ganze haben kann. Dass das sinnbildlich für etwas steht, das man erreicht hat. Dass das sinnbildliche Meilensteine für etwas ist, was dich weit weg von einer Vergangenheit bewegt, die tatsächlich dadurch geprägt war, Geld negativ zu assoziieren und dafür schlimme Dinge zu tun. Und deswegen glaube ich persönlich, dass ich mein Leben heute, wie es ist, mehr genießen kann mit dem Geld, das ich jetzt habe, als jemand anders, der Milliardär ist und das irgendwie schon immer hatte. Ich kann genießen. Ich kann wirklich leben. Und für mich bedeutet Geld nur eine einzige Sache. Freiheit. Entscheiden zu können, dass ich tun kann, was ich möchte. Und das hat mich diese ganze Vergangenheit gelehrt, weil ich kann, wenn ich jetzt zurückblicke, sagen, dass ich den Großteil meines Lebens pleite und verschuldet war. Wirklich. Und ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, beziehungsweise ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das hat, dass man nicht 100% sicher davor ist, dass das wieder passieren kann. Manchmal, wenn ich sehe, wie Leute battlearm sind, dann sehe ich mich in ihnen. Weil ich hätte genauso so enden können. Ich habe hier und da vielleicht eine gute Entscheidung getroffen. Ich habe Kampfgeist bewiesen. Aber du weißt niemals, welches Schicksal dir mitspielt. Und ich werde niemals die Ehrfurcht verlieren vor genau all diesen Aufgaben. und ich werde niemals diese kleine, unterschwellige Angst verlieren, wieder da zu landen, wo ich mal war. Ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man nichts hat. Ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man sich nichts leisten kann. Und wenn man deshalb schon im fast noch, sage ich mal, jugendlichen Alter oder heranwachsenden Alter komplett ausgeschlossen ist, weil man halt mit den anderen so nichts zu tun haben kann. Man kann nicht mit Feiern gehen. Man hat kein Auto. Man hat keine coole Kleidung. Das war tatsächlich, ich bin früh zu Hause rausgeflogen, weil ich Scheiße gebaut habe. Und dann ging dieser Lebensweg so los. Wie gesagt, ich bin an vielem selbst schuld. Aber ich glaube auch, ein Antrieb, der mich immer vorantreiben wird, ist die Motivation, vielleicht nennen wir es sogar Angst, nie wieder so leben zu wollen und zu müssen. Nie wieder. Und genau deswegen, glaube ich, habe ich so eine unbändige Motivation zu tun und zu machen, weil ich genau weiß, wie es ist. Ich habe das Gefühl, ich baue nach vorne sehr viel auf und hinter mir ist immer noch so ein kleiner Abgrund, in den ich reinfallen könnte, wenn ich nicht weit genug weitermache, wenn ich stehen bleibe. Ich glaube, das wird sich auch bis an mein Lebensende nicht mehr ändern. Ich glaube, das ist gut.